Ups, sorry! So, jetzt kann ich im Endeffekt die Schlüssel alle aufbrauchen. Ach, hier schon wieder. Also, bis hierher war es noch nicht schwer. Fapse selber antwortet natürlich schon wieder gar nicht, weil er sich nicht traut. Weil er weiß, dass ich besser bin als er. Mhm. So. Oh nein, das war nicht dieser Rang, oder? Na, mir kann es egal sein. So, gibts nicht mehr mal die. Wow. Wow. Ich hoffe, es gibt auch Bonusräume, die ich mir nicht anschauen muss. Oh, hei, hei, hei. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt alles wird, mit diesem Boris. So, welchen Boss habe ich ausgehört? Ja, du bist mir egal. Du warst okay. Oho. Haha. Du wirst mir gar nix können. Ja, wirklich, können tut er mir ja nix. Auch wenn es ein bisschen nötig ist. Also, ja. Der härteste Dungeon aller Zeiten. Ei, 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 ei. Hey, AC, schreib doch mal. Yeah, platzieren beendet. Wuuu. Woa, das war so spannend. Wow. Oh. Ja, jetzt habe ich noch eine Herausforderung. Lass uns weiterbauen. Wie viele davon gibt es? Oh, wait. Ich kann doch nicht mal hier den Eingang setzen. Äh. Hey, du mit deinen Ausgängen. Blabla. Okay, ähm. Ich bin aus der Bosskammer. Was war das denn für einer? Die nerven mich eigentlich alle. Das sind alles keine geilen Bosse gewesen. Kann ich? Darf ich? Oh ja, darf ich. Boah. Der zieht es gerade auf das Königin-durch-Heirat-Ende. Oh. Tja, sowas. Jetzt muss ich da durchgehen. Oh, das war der Raum. Sind die Arten der Dungeons, also die Arten der Treppen zufällig? Oder wie sieht das aus? Oh no. Das war der. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wait, ich kann ja einfach den hier nehmen, ne? Stirb! Boah, das hat noch viel. Oh ne. Nein. Oh nein, nicht auch noch die. So, gib mir einfach bitte nicht den Schnabel. Bitte gib mir nicht den Schnabel. Bitte gib mir nicht den Schnabel. Nein. 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 Du zuerst. Du zuerst. Komm schon. Nein. Fuck. Dann erst den Hasen. Dann den... Dann den Idioten. Dann die Fledermaus. Nein. Okay. Hase, Fledermaus, Idiot. Ja. Scheiße. Aber dann kriegt man hier dann keinen Schnabel. Oder habe ich den? Ach, als ob. Man läuft hier schon mit dem Schnabel los. Ach, das ist ja kacke, ey. Das ist ja kacke. Warum läuft man denn hier schon mit dem Schnabel los? Das ist ja langweilig. Man kann ja sogar ich gewinnen, ohne ein Problem zu haben. Lame. Lame. Und? Tschüss. Ich mochte euch nie. So, was war denn mein Ziel? Wie musste ich die noch gleich umbringen? Ja, okay. Dann nehme ich dich und schmeiße dich halt an die Wand. Okay. Ja, ja. Okay. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Du dummer Clown. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Sure. Das war's mit dir. Miss. Miss. Den Anglerfisch. Ja. Wow, der war zwei Hebo, der war tot. Was für ein Lieber. Okay, aber immer den Anglerfisch. Okay. Das kriege ich hin. Boah, das hat... Ach, ich will nicht so viele Aufgaben. Kannst du mir nicht einfach ein Herzteil und einen Herzcontainer gleichzeitig geben? Jetzt. Das wäre ein Eis. Okay. Ich frage jetzt mal eiskalt. Oh, je. Wir starten mit dem da. Und machen weiter. Und, äh... Einfach alle Vierer. Was? Nein. Wieso hast du denn du... Wieso hast du denn die Verschlossene? Oh, nö, ey. Okay, du bist raus. Alles ist geiler als... Oh, ne. Das kann ich ja gar nicht machen. Dann muss ich jetzt drei machen. Nicht hier unten. Und am besten keine verschlossene Tür. Das ist so dumm. Einfach alles verbinden. Damit man laufen kann, wie man will. Ich habe noch zwei Vierer. Oh, ich will das nicht. Na, wir machen den hier. Möglichst ohne Treppe. Der Anglerfisch meinst du? Okay. Ich hätte gerne den. Oh, da gibt es hier auch Schatztruhe. Hätte ich gerne den. Dann hätte ich gerne drei. Nein. Ich werde den nicht als Zwischenboss nehmen. Nein. Sorry, but no. Okay, jetzt... Ich brauche wieder zwei. Die hier ist einfach nützbar. Schön. Schön. Was für ein wunderschöner Dungeon bis hierhin. So. Jetzt machen wir wieder einfach nach Möglichkeit genau dasselbe Muster nochmal. Da gibt es eine kostenlose Schatztruhe. Zwei habe ich gesagt. Ach so, okay. Ah, okay, okay. Ah, die Z, das sind die. Und hier kann ich... Okay. Okay, so langsam check ich das. Okay. Ja, Schatztruhe sind ja nie verkehrt. Aber man sie dann alle öffnen muss. Und dann gehen wir am besten hier hin. Ja, schwere Nerven wahrscheinlich echt ziemlich schnell. Deswegen versuche ich gerade zumindest leichten zu nehmen. Oh ja, die sieht leicht aus. Oh ne, die ist ja egal. Äh, die und dann brauche ich oben noch irgendeine, die nicht so krass ist. Oh, einfach eine Schatztruhe. Wow. Das ist ja echt... Oh je, oh je, oh je. Muss ich das jetzt wirklich alles durchspielen? Oh, ich habe die gesetzt. Scheiße. Okay. Nein! Fuck! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Na, na! So. Passt, okay. Hui! Zack. Okay, weiter. Okay, hier ist alles zu. Na, dann machen wir mal den. Wow, das war schwer. Oh, Idiot. Haha, er konnte mir gar nichts. Okay. Also, ich könnte jetzt meinen Anschlüssel hier einsetzen. Mach ich, glaube ich, auch. Mach ich, glaube ich, auch. Easy. Oh, nö. Der hat da auch eine Sch... Ach, verdammt. Hast du schon gestohlen? Nein, ich stehle auch nicht. Ich möchte nicht nochmal sterben. Ich weiß, es ist egal in dem Spielstand, aber ich will nicht nochmal sterben. Also, nein. Ich habe nicht gestohlen. Ich werde das auch nicht tun. Wieso fragst du? Braucht man das hier? Braucht man das hier? Muss ich hier klauen? Kriege ich dann irgendwas Besonderes? Ein Herzteil oder so, wenn ich gestorben bin? Nice. Uff, den spreng ich von der anderen Seite. Ha, Idiot. So, okay, ähm... Man muss immer alle Kisten öffnen. Ah, je. Na, egal. Wenigstens gibt es Fettkohle, wenn ich so viel ausfüllen muss. Ja, aber ich kann ja gar nichts mehr kompleten, wenn ich einmal sterbe. Der tötet mich ja einmal. Scheiße, ich kann den von der Seite gar nicht sprengen, ne? Hm, doof. Man kann das zu 100% lösen, ohne zu sterben, wie soll das dann funktionieren? Ach, da hier war der. Na ja, ja. Nein! Uh, ah, uh. Nein, du, ah, du bist so dumm! ... Da. Untertitelung des ZDF, 2020